Schlag Mann, Schlag Ich bin schon wieder nicht, fast nicht Okay, die Runde machen wir jetzt mal ein bisschen chilliger Wir gehen schön, machen die Vias hier oben Pew 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 Es ist Orange, Rot, Schwarz Orange, Rot, Schwarz Orange, Rot, Schwarz Blau Ente kommt zu mir Ente ist mega sus Edo Grün kommt zu mir Edo Grün noch Ding Edo Grün noch Ding Edo Grün noch Ding Edo Grün noch Ding Carl, ey was hat er für coole äh, cooles Headset Hippo und Carl Hier beim Schnee meint er ok Wie war kommst du das Ok, Return in 95 Ok Oh nooo Pew 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 Wie ich werde bestimmt gleich sterben Oh Pew 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 Ja, nein, Rot Rot Rot, lass mich hier mal hoch Also Ähm, Dings hier Gelb, ne? Gelb, ganz schlecht Oh, Gelb eigentlich? Ganz, ganz schlecht Ich bin gerade Aus, äh, Dings Äh, passt auf Also ich bin gerade Aus, äh, Admin Bin ich rausgelaufen Und dann Ist ja bei Communications Dann Vent Ne? Und ich wollte hoch Weil Reaktor Dings war ja Und ich wollte hochlaufen Und genau in dem Moment Kam, äh, kam aus dem Communications Vent Kam einfach, äh, Gelb raus Dann bin ich quasi zum Emergency Button gelaufen Und da war einfach der Leicht Oh lol Äh, du hast dich so selbst verraten Also es, es muss sein Anscheinend irgendwas passiert sein Keine Ahnung, äh, ich bin nämlich Aus Weapons Hab gerade Pio 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 gemacht Bin, äh, raus Äh, rechts rein Und Arno hat, äh, keine Ahnung Irgend so einen komischen Move gemacht Und ich glaube, er ist aus Tatsächlich aus dem Vent raus Ich hab's aber nicht gesehen Ich bin aus dem Vent raus Und er blamt mich jetzt gerade Dass ich aus dem Vent raus bin Also muss erst sein Das heißt, äh, save ein Imposter Save ein Imposter bin ich Oder, äh, Arno Ja, ja Das ist der erste, äh, es ist aber Arno Von daher, ich hab keine Ahnung Ich hab grad nur ne Task gemacht Äh, und weil er, ich, ich geh halt nur davon aus Weil er ist so komisch beschuldigt Ich hab halt ne Ich hab halt ne Ich hab Also ich bin Ich war bei, ähm Ja, was Common Tasks Common Tasks Oh ja, komm, erzähl mal Komm, ich weiß nur, dass bei Spassament Äh, diese Dings mit denen Wo man dieses Puzzle machen musste quasi Das ist keine Common Tasks Ich weiß einfach nur, dass ich Tasks habe, so What the fuck Ah, geil Danke Arno Hä? Du bist es bestimmt nicht Ich weiß nicht, was Common Tasks sind Also Arno ist safe, der hat Aufgaben Ey, ja, keine Ahnung, man Woher soll ich wissen, was Common Tasks sind Und was Short Tasks sind oder so Überlegen wir mal Also ich trau Arno Allein schon von der geistigen Kapazität ja nicht zu Also drei Kills meine ich Ja Oder Wenn Das Ding ist Es ist halt Es ist halt komisch, weil Ich bin aus Ich bin aus Admin Bin ich halt rausgelaufen so Und dann wollte ich halt zum Reaktor denken Ich Ich bin Das stimmt aber nicht Der ist nicht aus Admin Ich bin ihm begegnet so Kurz über Coms Über Weapons Als ich rausgegangen bin Und der ist nicht aus Also war ist nicht von rechts gekommen Sondern von links Ich dachte, der ist aus Coms gekommen Also shit Ey Lotte, darf ich was sagen? Jo, genau Ich merke mal bei Arno, wenn er lügt Sagt immer so A, E, U, I, I Ja gut Das sind Vokale, die sind in jedem Wort drin Verifizierung von Ender Wird ich jetzt auch nicht glauben Verifizierung von Ender Wer ist das auch so Nul Das wägt man einfach Nein 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 Ich bin einfach Ender Ich wohn' mit der Ender Ich wohn' mit der Ender gepostet und ist einer von uns beiden behaltet es auf jeden fall wenn ich sterbe im auge was ziemlich vertrauenswürdig neben mir ich hab halt gemütet ja sagt fertig ente und hippo das ist ein ekeliges ding wir gehen hoch ente ist hinter mir hippo lena ente hippo lena ente hippo lena ente dann die node anmachen oh ey du grün fuck so kann er mich kill dann kann ich dagegen nix machen dann haben wir alle tasks ente kommt da noch jemanden habe ich gerade gesehen grün ist auch hier schnell zu grün hinterher lights ja man sieht einfach gar nichts what the fuck die 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 aber also ich habe das shooting gemacht und zwar war ich bei white & genre habe gesehen dass karl getötet wurde und ich konnte halt das meeting nicht direkt machen weil lights waren und dann bin ich halt rausgelaufen aus aus office und dann als ich auf dem weg zu lights waren weil lights fix damit nicht direkt zurückgelaufen hat also du meinst du hast die leiche jetzt für uns verschwinden lassen damit wir dir nicht auf die spur kommen natürlich sein so aber was soll ich machen also wir müssen so oder so war keine ahnung wenn ihr mich raus wollt dann habt ihr sowieso verkackt ja aber ich hab dir jetzt eigentlich getrostet mehr als genau dasselbe machen was ganz genau so lange bis sie dir ein messer in den rücken steckt ihr wollt mir jetzt ernst ihr wollt mir jetzt ernsthaft sagen wenn ihr bei weitelt seid und eine leiche ihr sieht dass jemand nicht mehr lebt dann wollte ich mir nicht sagen dass ihr quasi so schnell wie möglich eine emergency macht richtig die leiche auf die suche nach der leiche es sei eine kritische anzahl man kann doch diesen radius viel mehr eingrenzen ich eben nicht weil der imposter sich doch seine geschichte aus ausdenken kann wo er gerade ist ja gut kurz noch mal lena stand gerade am händler kult ente ist best man oben laboratory raus edu und ich stehen vor lifeline und arno jetzt anscheinend keine ahnung ente ganz kurz du bist ja oben aus bestem rauskommen hast du davor karl unten ins besseren drin gesehen nein edu war auch specimen und ich auch wenn er es war vor mir edu hast du die karl gesehen also für den genau ente dann für den kill fall ich dunkel also grün edu green ente raus lena hippo und aber wir wissen nicht wann wo die vorher war aber da die bei mir so einen längeren weg hatten können wir es nicht dass sie bestehen würde also ich wurde als erstes mal an und weil der auf jeden fall selbst machen ich werde jetzt aus dem grund dass die leiche dadurch weg ist auch aber da hast du gesagt ich trau dir kein stück ich werde ich kenne ich weiß aber vorher aber vorher nicht die eine stunde hinterher ich trau dir jetzt rote expos und wir haben ja doch haben wir leider doch ich habe was da hin ja ich bin mir sicher erzähl das ist pink ich bin mir ziemlich sicher dann kam mir aus hast vor lena was hast du nachleihe nach security gemacht kamera ich bin runtergelaufen und bin dann jetzt gerade bist du irgendjemand begegnet okay bevor ich jetzt raus wurde es ist dumm aber bevor ich raus wurde habt ihr mich irgendwann die runde auf der linken seite auch nur ansatzweise bei elektrik gesehen ja doch weil anscheinend wird ja irgendwo da die leiche sein ich stehe nämlich hinter dem reaktor und warte auf den reaktor hat davor noch meine aufgabe ins westen gemacht ich stehe hinter dem reaktor und hinter dem rechten reaktor direkt am anfang der runde nach unten ins bestem reingelaufen und ich traste halt gauda kein stück und irgendeiner von euch ist der absolute hardcore third imposter edu von wo bist du gekommen ich meine es war ja offensichtlich richtig mit armen aber ich traste trotzdem kein stück edu von wo bist du gekommen ich wollte ganze runde oben links beim reaktor und schwarz hat mich auch gesehen wie ich da hingelaufen bin und ich stand da jetzt locker eine minute bis jetzt ausgehen ein bisschen von rechts rum zu leid gerade rein als ich es ausgemacht habe also ich sag's wie es war gemacht ja lena stand security ente ist hin und her gelaufen ich habe mich in elektricität versteckt und gewartet ist vielleicht lieber die ihn abschlachtet bin dann wieder raus und lauf runter lena ist anscheinend runter weil rechts ist nicht rausgelaufen ist kann ich sehen lauf runter und ente liegt dann da tot das heißt meiner meinung nach lena liegt genau zwischen also in die in diesem langen gang in der mitte vor den türen zu wo es hochgeht von nur security lena war in den camps lena da musst du bestätigen können dass ich vor 20 sekunden aus medbay oben ich bin jetzt gerade jemand in den camps in dem moment wo die wo ich rauskommen bin hat die kem geleuchtet ja das könnte auch dann vielleicht noch mal kurz ende gewesen sein weil der ist ja die ganze idee nun ja jetzt bin ich mir voll und sicher also meiner meinung nach ist es lena oder hippo du kannst ich denke nicht dass du es bist denn du bist von rechts rausgekommen als ich rausgelaufen bin und der kill ist links unten das heißt du müsstest du müsstest nach rechts gelaufen sein und dann dabei runter rein das glaube ich also nicht ich denke meins das spricht er auf lena weil die halt in der nähe war hippo habe ich halt nicht gesehen und man weiß halt nicht wo der ist ich habe gar nichts mehr ich habe gesagt wir skippen und schauen wir mal also skippen also entweder wurde der mich oder lena oder der reaktor los geht deswegen habe ich mich dahinter gesteckt ich bleibe jetzt bei lena und check ab wie es aussieht wenn lena mich killt und dann ist es lena und wenn ich dann ist es halt hier drüben ich bin es kann sein dass ich mal ein bilder aber gelb wie bist du so schnell da rausgekommen woraus du warst ich war gerade elektriker die ganze zeit du hast oben links im gebäude und in die drei sekunden später warst du außen rechts am zaun ja ich bin reingelaufen wieder raus genau ich habe lena mit lena aus ich habe gesehen wie du reingelaufen bist aber ich habe nicht gesehen wie du raus gelaufen ist keine ahnung ich bin kurz reingepiekt habe ich gesehen und ihn wieder raus entweder billig ist mir jetzt hardcore ein oder du bist links in den band rein und dann direkt von warum solltest du direkt vom zaun stehen welchen laufweg sollte das sein ich war rechts beim schneemann daneben und dann bin ich an zaun ran weil rechts neben mir hippo lena aufgetaucht ist und ich nicht zu nahe stehen wollte weil falls ein kill fällt und dann habe ich dich im zaun gesehen und du hast mich am zaun gesehen und ich habe gedacht wenn hippo mich killt dann sie steht es könnte das bezeugen also lena und ich standen definitiv gewissen abstand vor gauda aber die kinder also ich brauche keine position um sie zu sagen dass die kill das jetzt dafür ausgereicht hätte und er denkt die stadt auf kurz dauer war ein kleines kleines lehnerin du wolltest noch was sagen sagt man hat sich nicht gehört also ich war erst am anfang mit gauda die ganze zeit zusammen dann irgendwann gegen gleich so ist dann waren wir auf einmal alle bei lights damit nicht mit gauda und hippo rausgegangen grün stand noch bei electrical und da bin ich mit hippo weitergelaufen genau ich kann ja gerade lena durch mad lab ja habt ihr jetzt gelb am ende gesehen nicht wurde am ende jetzt nicht es wird doch total durch wenn ich darum gewinnt was soll ich da machen als ein ziel hätte ich keine ahnung entweder ist mein spiel verpackt oder du warst halt oben links im raum ich bin ich bin schon ich bin schon am rand am zaun darum gelaufen das kann ich so sagen mir halt mit dieser lauf weg gibt irgendwie gar keinen sinn ja das hat auch keinen sinn da gibt ich bin halt hin und her gelaufen keine ahnung ich wollte halt auch nicht unbedingt stecken weil es kacke ist laufwege mehr wenn wir alle mit unseren aufgaben durch sind zu einer ja nicht weil er keine aufgaben hat ja also lena du bist doch imposter geh bist du dir das sicher ich bin mir ganz sicher oder deine schrift ist doch auch rot fack stimmt ich glaube trotzdem ist ich denke nicht dass es lena ist ich denke das ist hippo ich bin mir so sicher dass es hippo ist ich bin mir so sicher dass es hippo ist jetzt kommen mache irgendwas die geister machen bestimmt nichts deswegen ich bin mir sicher dass es hippo ist lena könnte nämlich nicht gehen und einfach hippo blänen also dann das leben aber okay ich beobachte jetzt mal guck einfach wer jetzt abkratzt die wissen nämlich nicht wo die sind oder was sie machen keine ahnung können die geister ihre tasse machen hängt an einem einzigen geist ente ja gelena und ding waren gerade so wenn er hier tot ist was willst du deine verteidigung sagen ja das wäre ja lena sprich ich war das nicht lena was hast du gerade gemacht abgesehen von dem kill ich habe keinen kill gemacht du hast keinen kill gemacht nee und du lügst auch nicht nö dann musst du eh du sein die leiche liegt rechts neben communications äh edu du hast auch gerade das licht angemacht richtig ja wer ist da zu dir gekommen als er als erstes ich bin mir nicht sicher und danach ist auch lena gekommen und ich bin zurückgelaufen und da habe ich die niedergeschnetzelte leiche von hippo gefunden was heißt zurückgelaufen äh wieder runter in die richtung von wo lena und ich hergekommen sind weil wir sind zu dritt rumgelaufen Licht sind ausgegangen ich habe in etwa noch kurz hippo vorbeilaufen sie sind runter ähm aber nur weil er wirklich durch mich durchgelaufen ist sonst hätte ich ihn nicht gesehen dann wüsste ich nichts äh und lena auch dann bin ich halt hoch Licht fixen und dann kam nur lena an und dann dachte ich hm lauf runter und hab halt die leiche gefunden und ich denke lena hat ihren blutdurst gestillt und ihn einfach abgeschnitzelt stimmt's lena du denkst also wo ihr lights fixen wart und ich eigentlich auch kam hab ich in der zeit also äh hippo gekillt ja beim vorbeilaufen hast du auch nicht so gemacht ich hab mich mal nicht gesehen also ich hab hippo einfach nicht gesehen aber du hast doch so viel vision als imposter nein also äh 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 bist du's nee dann ist es lena äh so einfach ist gelöst weil ich die ganze runde schon sass nee aber ich verstehe nicht wieso ich hab ich hab eigentlich gedacht das ist hippo und ich bin die ganze zeit mit dir rumgelaufen hättest du so oft abschneiden können ja es könnte ein self report sein oder du und äh ich weiß dass ich krummel bin also bist du und edu war der erste am richter kann's gar nicht sein also ich hat edu die wahl der qual zwischen mir oder dir entweder dir und wir haben gewonnen oder ich und ich hab verloren viel spaß edu danke lena wo warst du gerade ich bin eben nach rechts gelaufen von äh also nachdem wir lights gefixt haben habe ich glaube dann nach unten laufen sehen du bist auch nach rechts gelaufen und ich bin sag ich mal kurz hinter dir gewesen edu erinnere dich wer der erste war der in lights angekommen ist der kann es nämlich nicht sagen wie viele leute habe ich eigentlich gekillt ja das gab so ein gemetzel man arno du hast so so abgeschlachtet lena lena du hättest aber heute noch nicht das zeigte zum ersten einfach am anfang der hat so alles zerstört einfach aber ein gutes game und direkt danach habe ich mir geglaubt edu erklär mir wieso du mich gewartet hast bitte du warst ja die ganze Zeit schon zuerst ich fand ich erstens nicht überzeugt genug und zweitens habe ich mich an die letzte runde erinnert wo du halt plötzlich oben links warst und dann unten rechts ja ich bin einfach raus gelaufen gg lena ja und das sah in meiner wischen sah das so mega komisch aus ja was soll ich dir sagen ich bin einfach nur raus du hättest an die vorigen runden denken sollen ich habe arno rausgeschmissen also gauda ich bin ja schon so nicht dass du rausgeschmissen